Okay, okay, ich bin ja schon da. Wir arbeiten hier heute Nacht im Spielzeugladen. Ach Leute, was soll das hier immer? Wer würde eigentlich nachts im Spielzeugladen überfallen, Flo? Kannst du dir das erklären? Boah, voll gruselig der hier vorne, oder? Ich nicht. Voll creepy, wie der da steht. Okay, ich gehe an die Kasse. Alles klar, wir werden uns hier drum kümmern. Äh, hallo, was möchten Sie kaufen? Oh, ich würde einmal gerne ein Blühstück kaufen. Sei mal still, sei mal still. Hast du das gehört? Kam das hier aus dem Raum? Jetzt, 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 warte. Flo? Hä, die Tür? Mitarbeiterbereich. Warte mal. Okay, hier ist es super dunkel drin. Was war das? Also hier draußen ist nichts. Nur ein Hebel. Okay, nee, nee, alles gut. Der Strom ist wieder an. Was? Was war das gerade? Wo bist du? Guck du mal nach dem Strom. Geh, geh mal rein. Äh. Hä? Warte mal. Wo ist die Puppe hin? Warte, was für eine Puppe? Hier war so eine gruselige Puppe. Hast du die nicht gesehen? Nee. Oh, guck mal. Oh Gott. Ich glaube, das war eine von Schlimmen. Mr. Funny Dummy. Und hier sind irgendwelche Fußspuren? Oh nein, das ist ja gruselig. Ladies and Gentlemen. Damit erstmal ahoi und willkommen in 10 und 1 Folge Roblox Samt mit Flo. Heute wird es ziemlich gruselig. Okay. Hier sind Fußspuren. Hast du das gesehen? Guck mal, die Spuren, die gehen in die Wand hoch. In den Lüftungsschacht. In den Lüftungsschacht. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Nee. Den Laster nicht rein, oder? Den Laster nicht rein. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube... Oha, warte. Hier rüber? Ich glaube, wir müssen diese komische Puppe finden. Oh mein Gott. Vielleicht hätte jemand geklaut. Den armen Mr. Funny Dummy. Oh mein Gott. Oh, Junge. Was ist das hier? Du musst aufpassen. Was für ein unsicherer Weg. Ja stimmt. Wie ist der überhaupt zugelassen? Ja. Hier ist ein Scheiter. Da ist ein Hebel. Okay. Aber warte, hier kannst du jetzt rüber. Hier sind so Stufenmaschinen. Okay. Ja, ein normaler Tag auf der Arbeit. Ja, genau. Funny Game 1. Ich weiß nicht. Sieht nicht so funny aus. Lass mal gucken. Okay. Es ist super dunkel geworden. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Ich höre irgendwas. Ich höre nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, Flo. Nein, der ist direkt hinter mir. Ich sehe seine Arme. Ich sehe seine Arme, Flo. Sprint, sprint, sprint. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Nein, der ist direkt hinter mir. Hilfe, Leute. Warte, da sind Pfeile an der Wand. Flo, du musst nach links. Links und geradeaus. Ich bin direkt hinter dir. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Leute. Hier, hier links. Hier, links. Hier, links. Der rennt mir nach. Ihr auch? Schnell. Okay, erst zu. Oh mein Gott. Er ist zu. Er ist nur knapp. Alter. Okay, wir sind in Sicherheit. Zum Glück hat das Tor hier zugeschnappt. Was ist mit dem los? Aber wir kommen jetzt nicht mehr zurück, ne? Wir müssen jetzt weiter. Wir müssen ja irgendwie rauskommen. Überstunden. Oh mein Gott. Warum haben wir eigentlich keine Waffen? Oh lol. Hier ist das Ding runtergefallen. Wir sind doch Security, Leute, Flo. Warum haben wir keine Waffen? Stimmt ja eigentlich. Vielleicht haben wir keine Ausbildung. Wobei, für was? Warum haben wir eigentlich Waffen als Spielzeug mit der Barzau? Naja, weil die Spielzeuge des Nachts zu leben erwachen. Anscheinend. Ich habe irgendwie auch keine Haare. Keine Waffe, keine Haare. Oh mein Gott. Pass auf, pass auf. Förderband. Oh, Junge, 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 Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde zerquetscht. Oh no. Die haben mich komplett zerquetscht. Jetzt habe ich es geschafft. Funny Game 2. Das zweite Spiel? Nein. Oh nein. Was passiert jetzt hier? Rotes Licht, grünes Licht in Roblox. Okay. Pass auf. Oh mein Gott. Okay, grünes Licht. Stehen bleiben. Obwohl, ich kann... Oh, das war knapp. Ich dachte, ich kann noch laufen. Okay, grünes... Nein! Oh mein Gott. Leute. Okay, vorsichtiger. Ich weiß nicht genau, wann... Ey, wie grün sich der ausschaut. Richtig creepy. Bleib stehen lieber. Du bist gerade gelaufen, obwohl er rot war. Als ob der dich nicht bemerkt hat. Vielleicht haben wir... Vielleicht haben wir verschiedene, ne? Oh, ich habe es. Hast du geschafft? Ich bleibe lieber stehen. Okay, jetzt laufen. Schaffe ich das? Nein, das schaffe ich nicht. Gut, dass ich stehen geblieben bin. Ich denke genau. Okay, guck mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Lass ihn lieber. Der wird noch aggressiv. Okay, komm, lass weiter. Lass weiter. Ich weiß nicht, wo der echte Mr. Funny Dummy ist. Das zweite war das, oder? Hier sind Laser. Guck mal. Oh Gott. Kommen wir da rüber? Oh, Junge, Junge. Okay. Zieh durch. So, perfekt. Please wait. Warte hier. Was ist das? Eine Plattform, oder? Fahrstuhl. Guck mal, wir können nach oben fahren. Oh nein. Der eine ist gerade abgesch... Ach nee, der ist in die Kiste gelaufen. Das ist ein gutes Verstecken, oder? Wir können verstecken. Ich glaube auch. Jetzt kommen wir hier nach oben. Warum habe ich mich angemeldet in das Praktikum? Ja. Du wolltest, dass ich hier arbeite. Funny Game 3. Warte mal. Das sieht aus wie ein Überlebensspiel. Es gibt einen gigantischen Roboter. Da vorne siehst du den? Warte mal, was ist das hier? Schau mal. Warte, wo? Ich glaube, das ist so ein Minigame. Hier kannst du so rüberlaufen. Okay, warte. Es geht auf. Komm rein, schnell. Wir haben jetzt 10 Sekunden Zeit, um an einen sicheren Ort zu gelangen. Oh Gott. Schnell. Kette hoch, kette hoch. Hier rauf. Okay. Ich glaube, ich bin sicher. Ich bin jetzt hier rüber. Oh, warte mal. Die Roboter wurde freigelassen. Nein. Warte mal. Was macht der? Yo. Oh mein Gott. Nein. Bist du da oben? Der macht weiter, Flo. Der hat total auf mich abgesehen. Okay, der kommt da durch. Der kommt da durch. Ich habe jetzt keine Chance mehr. Wo soll ich denn noch hin? Laufen, einfach weglaufen. Laufen, laufen, laufen. Nein, nein, nein. Neun, acht, sieben. Nein, der holt es jetzt. Schnell weg hier. Nein, der macht die alle weg. Okay, come on. Und geschafft. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Oh, Leute. Was ist das hier für ein Spiel? So creepy. Magst du rutschen? Ja. Okay, wir sind unten. Zack. Ich habe Kopfweh. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, Flo. Aber ich habe Angst. Ich habe aufgemacht. Mach die Taschenlampe an. Es ist ziemlich dunkel in diesem Ladenhaus hier. In diesem Lagerraum. Nein. Ich sehe noch nichts. Oh mein Gott. Was? Der kam direkt um die Ecke. Wir sehen ihn nur, wenn wir ihn mit der Taschenlampe anschauen. Ein Saft. Was ist passiert? Ich habe nichts gesehen. Ich gehe lieber links lang. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Nach rechts hinten musst du. Nach rechts hinten. Oh mein Gott. Er hat mich wieder. Er hat mich wieder. Er hat mich wieder, Flo. Ich habe ihn doch kein einziges Mal gesehen. Oh, weil er die ganze Zeit bei mir ist. Nach rechts. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay, da hinten müssen wir hin. Ich bin drin. Siehst du mich? Ich weiß es nicht. Nein, ich sehe dich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Er ist direkt bei mir. Schnell weg, Leute. Wo ist es denn? Hier. Hier ist ein Vorderband. Er kommt mit drauf. Yes, das ist du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir sind in Sicherheit. Hier geht es rauf. Guck mal. Hier ist eine Leiter. Und da ist so ein Auto. Ich bin ein Schrappler. Hast du auch einen? Nö, ich muss den Fuß auf. Warte. Ah, nee, es kommt ein neuer. Okay. Was musst du machen? Hast du es geschafft? Du musst fahren mit denen. Oh mein Gott. Ja, ja. Dort, wo du hin zielst, fähr dahin. Okay. Boah, das ist gar nicht mehr so einfach. Oh, du kannst zurückshoomen. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Nein, ich bin lauer. Oh no. Nein, ich auch. Warte, ich habe es gleich geschafft, glaube ich. Oh, hier noch rüber. Wo bist du? Mein Gott. Hallo, Schnitzel. Oh mein Gott. Wie weit es hier einfach noch ist. Oh mein Gott, du hast mich geschubst. Nein. Ich bin 1000 Meter in Luft geflogen. Warte, was? Lebst du noch? Nö. Warte, ich fahre nochmal den neuen. Okay, ich bin drüben. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich kann aussteigen. Yeah. Was ist am Ende? Hier ist so eine Leiter, die nach oben geht. Da hinten ist so eine Tür. Oh, warte mal. Oh, ich bin da. Flur, hier ist das Funny Game Nummer 4. Was? Ja. Kommst du mit hoch? Ich bin mit der Leiter. Ah, da bist du. Okay, wunderbar. Funny Game 4, Leute. Eine... Ein gelbes Rohr. Okay. Mario? Super Mario? Nein. Nein. Er wird wirklich? Nein. Huh? Alles klar, Leute. Nein. Links. Nein, der ist da. Er hat mich erwischt. Er hat mich... Nee, du musst diese Würfel... Was bei den Würfel? Du musst von unten drauf springen. Okay, okay. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Er ist hinten. Hier rauf. Jetzt hier rüber. Pass auf, da können wir so rollen. Oh, danke Gott. Dann geht er ein Stück weg, oder was? Ja, ja. Oh mein Gott, die rollen. Ey, der hat mich gleich wieder. Der hat mich gleich. Jetzt. Okay, perfekt. Oh mein Gott. Leute. Nein. Der kommt immer mit. Ich bin bei den pinken Blöcken jetzt. Oh, du bist voll weit. Come on. Und rein. Yeah. Und wir sind durch. Was für ein verrückter Ort. Aber wie viel von diesem Albtraum ist noch da? Hier geht es jetzt weiter. Wahrscheinlich sechs Games. Ah, da bist du. Okay, komm mit Flo. Oh mein Gott. Hier geht es lang. Hier sind Lüftungsschächte. Er war ja am Anfang in dem Schacht drin, weißt du noch? Äh, ja. Warte. Ey, das ist super schwer hier gerade. Hier rauf. Wolltest du überspringen? Yeah. Weil ich rohre so. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Guck mal, was da liegt. Hier liegen Leute rum. Oh mein Gott. Pass auf, dass du nicht drauf trittst. Oh mein Gott. Ja, nee. Tritt nicht drauf. Okay. Lieber nicht. Aber hier geht es weiter. Hier ist eine Leiter. Und wir kommen wieder nach oben. Ich glaube, es sind Puppen. Keine Leute. Ich weiß. Oh nein. Ich traue mich da nicht alleine hin. Hier steht's. Funny Game Nummer 5. Ist hier. Da steht, bitte warten. Okay. Es sieht aus, als wären diese Plattformen runterfallen. Okay, wir haben 10 Sekunden Zeit zu joinen. Ich gehe schon mal rein, Flo. Ich komme schon, ich komme schon. Na, einen kleinen Moment. Ich glaube, wir müssen uns ganz gut laufen. Nein, ich habe sie geschafft. Ich schaue dir zu. Oh, ich weiß nicht, was ist das. Ach, warte mal. Die roten fallen nur runter. Ja, ja, das ist... Ah. Alle, auf die du drauf trittst, die werden kaputt. Oder nicht, zufällige, glaube ich. Nee, 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 zufällige. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, da lang? Denkt logisch. Es muss irgendein sein, was am Gericht... Oh, oh, wie knapp. Nein, jetzt gehen die weg. Warte, wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Jetzt. Okay, ich habe es geschafft. Komm durch, komm durch, komm durch. Okay, perfekt. Oh mein Gott. Warte, hier ist Exit. Hier geht es raus. Ich glaube, es kommt noch eins. Zack. Komm, steig ein. Okay, der Zug fährt los. Hä, voll witzig. Was? Hä, wie cool ist das denn bitte hier? Warte mal, wo fahren wir hin? Ich weiß nicht. Da ist der Himmel. Wir sind draußen auf jeden Fall. Sprich jetzt nicht raus. Ach so, ob du in den Wagen gesprungen bist. Wo geht es denn jetzt hier hin, Flo? Oh Gott, ich stehe. Okay, das wird jetzt echt ein bisschen creepy. Die Lok sieht auch so ein bisschen komisch aus. No. Was? Was? Okay, der Wagen, der hält noch. Er ist noch nicht komplett zersplittert. Okay. Hast du überlebt? Ich komme schon. Final Game. Da geht es los. Ich sehe es ja schon runterfallen. Ja, ich bin da. Da bist du. Okay, let's go, Flo. Das war eine Bruchlandung. Sterne? Nein. Ich glaube, wir brauchen das Ding. Ich weiß nicht. Flo? Ich habe eine Taschenlampe. Wir müssen da einfach durch auf die andere Seite. Siehst du das? Aber er lasert. Oh mein Gott. Der Spinnenboss. Oh Gott. Oh, was? Der hat die Laser. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Er ist noch hinter mir her. Aber wir müssen schießen. Du musst ihn abschießen. Nein, er hat nicht. Wir schaffen das zusammen, okay? Okay, warte. Oh, ich nehme damage. Okay, Nummer eins. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Auf seinen Kopf. Nee, ich glaube auf seine Füße. Oh Gott, ich bin auf die Füße. Oh, Junge. Ja, du musst genau auf die Füße ziehen. Genau auf die Füße, ne? Okay, ich glaube, den einen Fuß habe ich. Zack, der zweite. Oh, hier ist Lila. Er ist so nah dran. Du musst genau auf die Balken ziehen. Genau auf die Balken. Ich versuche es. Boah, das kommt wieder Laser. Im Moment kann er mich nicht mehr so einfach zerstapfen. Er hat nur noch zwei Füße. Yes. Ich weiß nur nicht, wie ich den hinteren Fuß treffen soll. Oh no. Okay, er hat gleich nur noch einen. Yes. Einen Fuß noch, komm schon. Ich weiß nicht, wie soll ich den treffen? Ich glaube, ich habe gepasst. Nein. Warte mal. Exit, you won. Du hast ihn. Ja. Nice. Wir haben es geschafft. Okay, schnell durch jetzt. Ich habe mit einer Punkt, die ich abgedenkt habe. Schnell durch. Wir müssen zum Exit. Bevor der wieder spawnt oder sowas. Hier liegen einfach seine komischen Ersatzteile. Lass mich durch. Bitte, bitte, bitte. Schaffe ich das? War das der vom Anfang her? Yeah. Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Freiheit. Ich weiß nicht. Ist mir egal. Ich bin so froh, dass wir das hier heute doch noch geschafft haben. Richtig, richtig creepy. Alles klar. Freunde, das war es hier mit unserer Folge Roblox. Schaut mir Flo vorbei. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich habe noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.